Wie schön ist Bitcoin nur gestiegen in den letzten Tagen. Um ehrlich zu sein, hätte nicht mal ich, jemand der immer recht bullisch war, auch als Bitcoin bei 15k war, nicht erwartet, dass Bitcoin bis Jahresende 44,1k erreichen würde. Und das Jahr geht noch paar Wochen. Ist es zu spät, jetzt noch in Kryptos zu investieren, jetzt noch nachzukaufen? Ganz klar nein. Doch wichtig ist, in welche Kryptos man investiert. Denn bei Bitcoin und gewissen Altcoins kann man langsam schon sagen, dass man vielleicht besser fahren würde im nächsten Bullrun, wenn man nicht in diese investiert, sondern in andere Alts. Im heutigen Video werde ich erklären, wieso und ein paar nennen. Außerdem werden wir dem möglichen Auslöser auf den Grund gehen, warum alles aktuell so stark ansteigt und bis wann das so gehen könnte. Es gibt nämlich ein klares Datum. Ihr würdet mich mit einem Like und Abo extrem unterstützen. Ich danke euch vielmals für den Algo-Push und aktiviert unbedingt die Glocke, um immer am schnellsten zu reagieren, wenn etwas auf den Märkten passiert. Wenn das deine Gedanken sind, hast du alles richtig gemacht, nach zuvor und kannst dir auch mal einen Moment rausnehmen, um einfach stolz auf dich zu sein und wie du aktuell dastehst im Markt. Vergiss nicht, es gibt eine unglaublich große Masse an Menschen, die noch auf Preise unter 15k hofft und komplett an der Seitenlinie steht. Und natürlich gibt es noch eine viel größere Menge an Leuten, die nicht einmal in diesem Kosmos sind, sich nicht interessiert haben, zu viel Angst hatten, zu faul waren und ihrem normalen Leben nachgingen, bis sie sich dann am Höhepunkt wieder interessieren werden. Wer sich jetzt noch perfekt vorbereiten will, um maximal vom nächsten Bullrun zu profitieren, der ist herzlich willkommen in den Gruppen, die ich nun seit Jahren erfolgreich anbiete. Diese Gruppe ist seit nun bald drei Jahren die aktivste, profitabelste, seriöseste und größte Privat-Krypto-Gruppe im deutschsprachigen Raum, mit über 1500 zufriedenen Mitgliedern, weil es eben nicht nur irgendeine 0815-Gruppe ist, wie es viele Finanz-Influencer und Scammer anbieten. Ich möchte direkt schon mal betonen, dass es hier um langfristigen Erfolg geht und ihr nur etwas erreichen könnt, wenn ihr bereit seid, euch zu informieren und auch zu arbeiten für finanzielle Freiheit. Es ist das folgende Angebot, was ihr aktuell im Bild seht. Meine Mitglieder beschreiben die Gruppen meist als All-in-One-Quelle für Krypto und Investitionen. Wer hier drin ist, der ist vollkommen abgedeckt und gut beraten. Die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar und wer in den ersten drei Tagen die Gruppen kommt und findet, dass es ihm nicht gefällt und wieder raus möchte, kriegt sein Geld rückerstattet. Überzeugt euch am besten selber. Doch um ein paar der Fragen zu klären, ist es aktuell noch sinnvoll, in Bitcoin zu investieren oder hat man seine Chance einfach verpasst und muss nun zusehen? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir noch nichts gesehen haben vom Bullrun und dieser dann um ein paar Stufen massiver sein wird. Doch man kann auf jeden Fall schon sagen, dass Bitcoin nun in einem fortgeschitteneren Preisstadion ist als zuvor. Schließlich war es monatelang im Preisbereich von 15 bis 30k. Es gab zu diesen Zeitpunkten Videos. Es gab meine Gruppen mit den Buy-Orders und dem richtigen Kaufverhalten. Es gab diversen Content, diverse News und Meilensteine im Krypto-Bereich. Und wer sich da nicht dafür interessiert hat, muss sich irgendwo schon an die eigene Nase fassen und sich eingestehen, dass das Interesse vielleicht doch jetzt wieder nur da ist, weil alles wieder steigt. Und gewisse Züge sind einfach abgefahren. Doch die guten Chancen sind nicht komplett verstrichen. Es war in Bullruns im Krypto-Bereich immer so, dass es mit Bitcoin und Ethereum groß anfing und dann schrittweise in Altcoins umgeschichtet wurde und überschwappte. Gewisse Altcoins wie Chainlink und Solana haben auch schon sehr starke Anstiege gezeigt. Doch es gibt diverse Altcoins mit unfassbarem Potenzial und guter Arbeit, die noch praktisch gar nicht gestiegen sind. Quant, Alchemy Pay, VeChain, Algorand, um ein paar zu nennen. Das sind für mich nicht nur irgendwelche Altcoins, die noch nicht gestiegen sind, sondern Kryptos, die das ganz sicher noch tun werden im Bullrun und dann auch wirklich massiv. Die Antwort ist also nein, es ist noch nicht zu spät, in diesen Markt zu investieren und massiv von ihm zu profitieren. Doch man muss jetzt riskanter fahren und sich woanders umsehen. Natürlich kann man noch in Bitcoin und Ethereum investieren und man wird sehr wahrscheinlich damit Profit machen. Doch es ist nun mal eine ganz andere Sache im Vergleich zu den unfassbaren Preisen dieser Kryptos von nur einem Jahr. Preise, die es bei Altcoins aktuell noch gibt. Es ist auch immer wieder schön zu sehen, wie Pläne aufgehen, wenn man wirklich dran bleibt und an eine Sache glaubt. Hier ist eine Nachricht, die ich vor einem Jahr beim Tiefpunkt von Bitcoin bei 16k an meine Gruppenmitglieder geschickt habe. Und zwar genau am Tiefpunkt. Und jetzt im Nachhinein hat sich alles bewahrheitet. Ich wünsche euch allen verspätet ein frohes neues Jahr. Auf das es privat gut läuft und ihr glücklich seid. Auf das Probleme gelöst werden und keine neuen auftauchen. Auf das ihr und eure Geliebten gesund und glücklich bleiben. Die Märkte hatten 2022 ein sehr rotes Jahr erlebt. Aufgrund Zinsanhebungen der USA. Eins ist klar. Im Jahr 2023 werden die Zinsanhebungen stoppen und die Märkte sehr wahrscheinlich wieder pumpen. Zufälligerweise sind wir perfekt im Verlauf des Bitcoin-Halvings. Was für ein sehr positives 2023 sprechen könnte. Die Marktzyklen, die sich seit Jahrzehnten wiederholen, scheinen sich wie immer nochmal zu wiederholen. Und diejenigen, die keine Angst hatten und die roten Zeiten gut ausgenutzt haben oder in den nächsten Monaten noch tun werden, werden zweifellos als Gewinner rausgehen. Denn schließlich, wie traurig es auch ist, kann man nur dann viel Geld machen, wenn die anderen Angst haben und Geld verlieren oder das Interesse verlieren an den Märkten. Es ist nun mal so, dass 98% verlieren müssen, damit 2% gewinnen kann. Doch ihr habt alle die Möglichkeiten, um zu diesen 2% zu gehören. Vor allem alleine schon, wenn ihr hier in den Gruppen seid und Informationen nutzt, um euch langfristig eure Träume erfüllen zu können. Doch all dies erfordert Geduld, Disziplin und Glauben. Ich bin mir sicher, dass jeder diese Eigenschaften hat, es schaffen wird. Denn auch ich habe es so geschafft. Ein weiser Mann sagte mal, um reich zu werden, muss man nur 2 Dinge tun. Investieren und warten. Genug geredet. Ich wünsche euch allen ein schönes 2023 und wünsche euch allen nur das Beste. Kriege, massive Kollapse, Klagen, Kampagnen gegen Krypto, Energiekrisen und sonstige Panik machen seitdem. Und dennoch machen die Märkte einfach nur das, was sie seit Jahrzehnten machen. Denn diese Probleme und andere gab es auch schon seit Jahrzehnten. So einfach ist es. Es verläuft aktuell alles nach Plan und um ehrlich zu sein sogar besser, als ich erwartet hätte. Es ist gut möglich, dass Bitcoin bis Jahresende die 50k erreicht, denn es gibt ein sehr genaues Datum, welches aktuell bei vielen Experten und Marktanalysten im Gespräch ist. Der 8. Januar, bzw. der Zeitraum zwischen dem 5. und 10. Januar. Es ist am wahrscheinlichsten, dass in diesem Zeitraum ein Bitcoin-Spot ETF genehmigt wird, wenn er nicht schon davor genehmigt wird. In diesem Zeitraum wären nämlich die ersten finalen Deadlines von ein paar ETF-Antragstellern und die SEC könnte diese Anträge nicht mehr verschieben. Sie kann sie nur genehmigen oder ablehnen. Und natürlich rechnet alles mit einer Genehmigung, denn all die Gespräche hinter den Kulissen mit der SEC in den letzten Wochen, all die ETF-Anpassungen und Neueinreichungen, damit die SEC vollends zu feeden ist und natürlich Blackrocks Beteiligung deuten darauf hin, dass den ETFs nichts mehr im Wege steht. Und natürlich wird der Preis bis zu diesem Event massiv ansteigen, so wie er es aktuell tut. Das ist das große Narrativ des aktuellen Preisanstiegs und die Antizipation darauf. Bereitet euch vor auf Anfang Januar. Es könnte verdammt volatil werden. Ich habe in diesem Video bereits erklärt, was da so passieren könnte und ob es ein Sell-the-News-Event werden könnte. Gönnt es euch. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und ihr seid herzlich willkommen in meinen Gruppen, welche ihr mit dem ersten Link in meiner Videobeschreibung erreichen könnt. Mit Blick auf den nächsten Bullrun könnte solch ein 24-7-Ratgeber und Leitfaden die beste Investition überhaupt sein. Doch am besten testet ihr sie einfach selber aus vor dem nächsten Bullrun. Denn wenn das Interesse erst mitten in der Spitze des Bullruns kommt, dann wird es schwierig Geld zu machen.